Ich glaube, es ist ganz wichtig zu lernen, welche Hindernisse es in Organisationen gibt, überhaupt innovativ zu sein. Und das ist ein Auftrag an den Kongress und ein Auftrag an alle Teilnehmer eben, damit souverän umzugehen und diese Innovationshemmnisse so weit wie möglich eben abzuschmettern. Was dieses Forum hier auszeichnet, ist, dass sich hier Menschen treffen, die davor nicht Angst haben, sondern die Lösungen für diese komplizierte Welt erfinden wollen und das in Kollaboration und das finde ich eine extrem tolle Atmosphäre. Und mich freut es besonders, dass grundsätzlich die Innovationen in die richtige Richtung gehen, so wie auch wir unsere Unternehmen kreislaus richten, um den Planeten ein Stück besser zu machen, um die CO2-Ausstoß und Schadstoffe geringer zu halten. Das Setup hier ist mal ein ganz anderes, mitten bei We Accelerate und was einfach cool ist, ist, dass sich die gesamte österreichische Innovationsszene hier trifft. Das ist das Schöne an dieser Konferenz. Hier treffen sich Menschen und Experten auf Augenhöhe, die wirklich Praxiserfahrung gesammelt haben, darüber auch diskutieren und das preisgeben. Man beschäftigt sich hier mit dem Thema Innovation nicht nur aus dem technischen Bereich oder auch vom Mindset her, sondern es gibt ganz viel Input von der Wissenschaft über die Kunst bis hin zur ja eben auch Technik oder zur Firmenumsetzung oder auch zu Trainingsmethoden. Also diese Vielfalt ist überwältigend. Den Mix finde ich sehr gelungen von den Speakern aus Praxisimpulsen und wirklich Querdenkern, die auch gut provokativ einmal aus der Komfortzone schießen und das finde ich persönlich ganz klasse und konnte mir heute auch schon einiges mitnehmen. Nicht nur Kärtchen, sondern auch ein paar Inspirationen und Impulse.